Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder mal ein Talkvideo. Ich habe gerade mit einer sehr guten Freundin am Telefon gequatscht und wir haben uns über Schönheitssachen unterhalten, was Frauen so machen, über Pflegetipps und was nimmst du, was kannst du empfehlen, Schminktipps etc. Und da fiel mir ein, es gibt doch viele Sachen, die offen sind bei manchen Frauen, also wie man sich schminkt, was man für Fehler macht, unbewusst. Und man denkt nur, macht es richtig und macht doch einen Fehler. Und dann habe ich mir überlegt, es gibt eigentlich ein paar Tricks, um jünger auszusehen. Und dann habe ich kurzerhand mir jetzt eine Perlenkette drum geschmissen, dass ich ein bisschen frischer aussehe, weil Perlen lassen immer die Augen leuchten und Perlen sowohl an den Ohren als auch am Hals. Perlen machen so eine frische. Also die sind überhaupt nicht altbacken, ganz im Gegenteil. Und habe mich jetzt hier hingesetzt, habe mir die Kammer vor das Gesicht gestellt und laber jetzt mal los. Also im Herzen sind wir ja alle jung. Nur unsere Haut, ich meine, wir werden nun mal älter, das ist nun mal so, das können wir nicht ändern. Eltern ist oder älter werden ist nichts für Feiglinge. Wir werden alle älter an dem Kelch. Also da kommt keiner vorbei. Also auch wenn wir uns im Herzen jung fühlen, heißt es ja nicht, dass unsere Haut auch so jung aussieht. Und naja, also die Pflege. Es geht um die Pflege und auch um ein paar Tricks, die helfen, wirklich die ganz simpel helfen, um einen so jünger aussehen zu lassen. Ja, als allererstes die Brille. Also viele glauben, mit einer Brille wirkt man älter, ist Quatsch. Stimmt nicht. Ganz im Gegenteil, weil eine modische tolle Brille lenkt jetzt den Blick auf das Gestell und auf die Nase und nicht auf Augenringe oder Tränensäcke oder was man so hat. Also eine schöne modische Brille. Es gibt ja noch sehr viele Brillenträgerinnen in unserem Alter. Also ich habe nun auch eine, aber ich brauche die nur zum Lesen, also zum Gucken. Also zum Weit nicht. Ich brauche die nur zum Lesen, sonst sehe ich nichts. Bin ich blind wie ein Maulwurf? Nee, nicht wie ein Maulwurf, weil ich muss mich total anstrengen. Guck dann wie ein Maulwurf. Sagt meine Freundin, du guckst ja immer wie ein Maulwurf. Ist doch gar nicht gut, macht auch Falten. Das nächste Ding wäre ein Pony. Pony ist so eine Sache, mag nicht jeder, aber es gibt durchaus Frauen, auch junge Frauen, die Ponys tragen, gerne tragen und das sieht auch richtig toll und frech und süß und schick aus. Ein Pony lässt nämlich diese Stirnfalten, die wir im Alter irgendwie bekommen, Stirnfalten verschwinden. Aber man muss aufpassen, man muss es probieren. Nicht jeder Frau steht in Pony. Aber es ist durchaus auch eine Möglichkeit, um sich so 10 Jahre jünger zu schummeln, wenn man sich also eine entsprechende Frisur zulegt. So, dann haben wir das Non Plus Ultra. Ich sage es immer wieder. Das Non Plus Ultra ist ein Rouge. Ich empfehle auf jeden Fall ein Creme Rouge. Weil ein Creme Rouge ist leicht im Auftrag und verschmilzt schön mit eurer Foundation. Verschmilzt auch mit eurer Creme, wenn ihr jetzt gar nichts weiter aufgebt. Und dieses Creme Rouge, also die berühmten Apfelbäckchen, jetzt nicht diesen Balken, ja, also die berühmten Apfelbäckchen. Weil, das lässt ja so nach hier, ne, diese Struktur im Alter. Unser Gesicht wird, man hat nicht mehr diese Apfelbäckchen, wir können sie aber ins Gesicht zaubern. Das wird flacher alles im Alter. Gut, man kann sich das aufspritzen lassen, aber darüber reden wir jetzt nicht. Also man kann sie mit einem geschickten Einsatz von Rouge, einem Creme Rouge, gibt es ja nur als Stick. Und im Töpfchen kann man sich die berühmten Apfelbäckchen malen. Und ich habe diesen frischen, gesund aussehenden Glon. Es gibt auch Creme Rouge, sie haben so ein paar Glitzerpigmente mit drin. Muss aber nicht sein. Ihr müsst nicht immer glitzern und glänzen. Ein pflegendes Creme Rouge. Ich habe das ja gerade von der Judith Williams entdeckt, dieses Natural Blush in dieser Nektarfarbe. Sehr schön. Hier hat er noch einen Stick. Und von Sephora, von Body Shop. Es gibt sehr, sehr schöne Creme Rouge. Durchaus für einen vertretbaren Preis zu kaufen. Also macht euch ein paar Apfelbäckchen und schon habt ihr diesen frischen, jugendlichen Glow, den wir so im Alter vermissen. Das ist ja leider so. Aber wir können ja mit so ein paar kleinen Tricks schummeln. Ich erzähle euch jetzt mal so diese Dinge, die mir so einfallen und die ich auch anwende. Jeder sieht ja irgendwie morgens ein bisschen fad aus. Kennen wir ja. Wir sind ja keine süße 16 mehr. Das nächste, die Augenbrauen. Die Augenbrauen heben den Blick, werden schön gepflegt, gezupfte Augenbrauen jetzt. Also obwohl ja diese Boyfriend-Braue jetzt in ist. Aber ganz ehrlich, also ich bin ja hier so ein Ü50, ein Best-Ager-Kanal. Also erstmal, glaube ich, haben die wenigsten Frauen in meinem Alter noch diese buschigen Augenbrauen. Mag es durchaus geben, aber die meisten haben doch sehr spärliche Augenbrauen. Auch wenn sie gar nicht viel gezupft haben. Besonders hier im hinteren Bereich. Dass man vorne hat man vielleicht noch und hier hinten wird es dann arg dünn oder ist gar nichts mehr. Also zupft euch trotzdem die so ein bisschen schön in Form und zieht sie nach. Jetzt nicht allzu krass mit 100.000 Schichten jetzt. Also ein Stift und eine Mascara und eine Pomade und noch eine Fixierung. Also das ist einfach alles zu viel. Weniger ist mehr. Ihr Lieben, weniger ist mehr. Das predige ich ja seit Jahren schon. Und siehe da, der Hype 2019 ist endlich wieder da. Oder ist da. Ein natürliches Make-up. Und das könnt ihr überall nachlesen, überall sehen. Ihr könnt es auf den Lauschtegen sehen. Ihr könnt es bei bekannten, berühmten Make-up-Artists sehen. Selbst bei Judith Williams habe ich es gesehen. Dieser natürliche, frische, man nennt es Yoga-Skin. Der verschwitzt aussehende Look. Also ein frischer Look. Dass die eigene Haut durchscheint. Wir decken nichts mehr ab. Wir machen keine, wir sind keine Leinwand mehr, wo wir spachteln müssen. Und uns alles abdecken müssen. Sondern die eigene Haut, die ja so leichte Rötungen hat. Das ist ja gerade das Sex hier. Das ist so total sexy. Wenn das leichte Rötliche so durchschimmert, da brauchen wir gar kein Rouge mehr groß. Das ist der Trend. Auch für Frauen über 50. Also nichts mehr hier großartig abdecken. Und Contouring. Und Bronze. Und Rouge. Und Tralala. Und Hopsassa. Und hast du nicht gesehen. Okay. Wer das durchaus möchte, kann es natürlich machen. Aber wir müssen uns jedem Trend hinterhängen. Aber mir kommt dieser Trend sehr, sehr nah. Ich liebe diesen Trend, weil ich mein Leben lang so rumrenne. Ich habe mich nie anders geschminkt. Also gut, sie haben sie ein ganz junges Mädchen schon. Aber ich habe nie die Schichten aufgelegt. Und auch zum Beispiel die Models, Schauspielerinnen, die es müssen. Die machen es nicht freiwillig. Die müssen diese Schichten aufgelegt bekommen. Weil für ein Foto-Make-up oder für den Film, weil das Licht sehr viel schluckt, die Kameraschlucht. Aber wir Frauen im normalen Leben, wir müssen nicht die Schichten auftragen. Ich weiß jetzt, ich werde wieder jetzt hier irgendwelche Leute da haben, die mir jetzt wieder einen Daumen nach unten geben. Und so, was redet die Alte da eigentlich für einen Scheiß? Ich mache das aber so. Und ich finde das so, bitte, könnt ihr alle machen? Das ist ja alles freiwillig. Man kann gucken, man kann es scheiße finden. Also ich gebe mir nur diese Tipps. Und die meisten von euch, ich bin mir ganz sicher, ich sehe das ja mal in den Kommentaren, sind da meiner Meinung, weniger ist mehr. Und wenn man so ein Straßenbild guckt, die Frauen schminken sich ja eigentlich alle so. Alle gut, also verhalten. Ich sehe kaum Frauen, die jetzt zentimeterdick das Make-up aufhaben. Das sieht man bei jungen Frauen sehr, sehr oft, dass die sich total zu schminken. Naja, das ist auch wieder ein Trend aus Amerika. So ein paar Tricks bei Tränensäcken. Das ist ja eine unerfreuliche Geschichte. Das sind ja, Tränensäcke ist ja so ein Fettgewebe. Also ja, was kann man machen? Ihr könnt eine abschwellende Creme, speziell abschwellende Augencreme benutzen. Die enthalten meistens Koffein. Und diese Creme bitte nicht ruppeln und nicht reiben, sondern ganz sanft unter dem Auge hier aufklopfen zur Seite hin. Und durch das Aufklopfen regt ihr auch die Durchblutung ein wenig an. Und das vermindert das ein wenig. Was ein auch sehr guter Trick ist, auf eine natürliche Art und Weise. Ihr nehmt entweder Grüntee oder Schwarztee, kocht den auf, lasst den ziehen, abkühlen lassen, legt so Wattepads rein. Oder ihr könnt auch die ganzen Teebeutel ausdrücken und auf die Augenlider legen. Das hilft auch ein bisschen. Das ist eine unschöne Geschichte. Aber da gibt es, wie gesagt, auch ein paar kleine Tricks, um es ein bisschen, ein kleines bisschen zu mildern. So, was haben wir noch? Wasser trinken. Die Leute, Wasser trinken ist ganz, ganz wichtig. Zweieinhalb bis drei Liter Wasser trinken. Ich rede jetzt nicht von Kaffee, Schwarztee, Alkohol. Wasser am besten ist Wasser ohne Kohlensäure. Mag nicht jeder. Also ich trinke sehr gerne Wasser ohne Kohlensäure, weil mit Kohlensäure fühle ich mich auch so, als hätte einer mit einer Luftpumpe meinen Bauch aufgepumpt. Ich vertrage das nicht besonders, obwohl es mir schmeckt, aber ich vertrage das nicht besonders gut. Im Alter, also früher schon, jetzt nicht mehr, also Wasser trinken. Frauen, die wenig, oder Menschen überhaupt, nicht nur Frauen, die wenig Wasser trinken, haben eine ganz fahle, fahle Haut. Und man merkt, dass sobald ihr euren Wasserspeicher wieder aufgefüllt habt, wirkt die Haut pralle. Die Faltentiefe wird gemildert. Und alles wird wieder angekoppelt. Ihr fühlt euch auch besser. Euer Stoffwechsel funktioniert wieder. Also Wasser trinken. Es hilft nichts, wenn ihr nur immer die Anti-Aging-Cremes euch ins Gesicht gebt, wenn ihr zu wenig trinkt. Das Trinken ist so wichtig. Und viele vergessen das, besonders im Winter. Im Sommer trinkt man vielleicht noch mehr, aber auch im Winter müsst ihr trinken. So, und dazu zählen, wie gesagt, keine süßen Getränke, kein Alkohol, Kaffee, das ist ja so umstritten mit dem Kaffee. Also trinkt einfach anderthalb, nicht Quatsch, zweieinhalb bis drei Liter Wasser. Und das kriegt man hin. Das kann man sich antrainieren. Was ist noch so ein Trick, um jünger auszusehen? Farbe zu tragen. Ganz einfach, Farbe zu tragen. Wenn ihr fröhliche Farben tragt, wirkt euer Teint anders, frischer, jugendlicher, als wenn ihr nur grau oder schwarz tragt. Ich trage auch gern grau und schwarz und gedeckte Farben, aber nicht zu unterschätzen ist die Farbe Gelb. Die Farbe Gelb hat diesen sofort Aha-Bam-Effekt und die ist ja auch sehr stark dieses Jahr vertreten in den Modegeschäften. Wir sehen sehr viel Gelb, weil Gelb ist diese jugendliche Power. Und ihr solltet mal nicht meinen, Gelb steht fast jeder Frau. Es gibt ja verschiedene, es gibt gedecktere Gelbtöne, es gibt kreischende Gelbtöne, es gibt pastellige Gelbtöne, es gibt Neongelb. Da findet jeder für sich einen Ton. Also ich habe auch festgestellt, dass mir Gelb komischerweise ganz gut steht. Also Orange nicht, aber Gelb steht mir ganz gut. Das macht was, das macht was her. Probiert es mal aus, haltet euch mal verschiedene Gelbtöne so unter das Gesicht und schaut mal, wie euer Teint wirkt. Also ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Dann gibt es noch so ein paar Fehler beim Pflegen zum Beispiel. Ja, ihr benutzt die falsche Pflege. Das ist verrückt. Viele Frauen pflegen sich und haben trotzdem Hautprobleme, weil sie die falschen Produkte benutzen. Es gibt nicht die Allround Creme für alle, die diese Ganzgesichtsheizcreme, weil wir haben verschiedene Zonen im Gesicht. Die T-Zone, die ist meistens fettig und die Wangenpartie ist trocken oder empfindlich. Und das kann eine Creme nicht alles abdecken. Also ihr pflegt euch zwar, entweder seid ihr überpflegt oder unterpflegt oder falsch gepflegt. Also ganz wichtig, ihr müsst die richtige Creme für euch finden. Das könnt ihr alleine herausfinden oder ihr lasst euch helfen. Ihr könnt euch beraten lassen in einer Drogerie nicht, aber in einer Parfümerie oder ihr lasst euch bei der Kosmetikerin beraten. Also ganz wichtig, die richtige Pflege für euch zu finden. Wenn ihr auf einen Lichtschutzfaktor verzichtet, das ist ungemein wichtig, auf den Lichtschutzfaktor zu achten. Auch nicht nur im Gesicht, auch hier besonders um Handrücken. Jetzt wenn diese warme Jahreszeit wieder losgeht, die ersten Sonnenstrahlen kommen, weil die Hände sind immer ungeschützt. Und dann wundern wir uns, mein Gott, wieso habe ich in so Altersflecken und so. Also Lichtschutzfaktor, ganz wichtig. Ihr benutzt das falsche Peeling. Besonders Frauen mit unreiner Haut, die meinen, naja, ich muss nur genug peelen, dann wird das schon. Ihr erreicht die Spitze des Eisbergs damit. Also mit Peeling kann man auch sehr viel Schaden anrichten. Am einfachsten, am schönsten und am unkompliziertesten und am wirkstoffs- oder am effizientesten sind diese Enzym-Peelings. Und da habe ich euch auch schon einige vorgestellt. Mein absoluter Favorit ist dieses Enzym-Peeling von Dolten gerade. Also das ist, das empfehle ich jedem, ungefragt. Das ist das Beste, was ich je auf meiner Haut hatte. Und ich habe jetzt auch eine empfindliche Haut, aber auch wer jetzt eine unreine Haut hat oder auch Pickel und so weiter. Also ein Fehler kann sein, dass ihr das falsche Peeling benutzt, wenn zu viel Parfum in den Produkten ist. Also es gibt, diese Erfahrung habe ich jetzt letztens erst gemacht. Ich habe bei diesem Verkaufsdingster HSE, habe ich mal Judith Williams bestellt, weil ich von diesem Rouge so angetan war. Und da gab es so ein special, besonderes Geburtstagsangebot. Und ich habe mir ein Serum bestellt und eine Creme und wollte das testen. So, und ich habe das geöffnet, nur das Serum, innerhalb von fünf Minuten das Paket kam. Ich habe es aufgemacht, habe dieses Serum aufgeschoppt, habe dran geaucht und dachte mir, oh nein, geht gar nicht. Ich habe mir ein bisschen was auf den Handrücken gegeben. Es war so intensiv, es war so stark parfümiert. Und diese Parfümstoffe, nicht nur synthetisch, auch normale, also jetzt so ätherische Öle oder so können Allergien hervorrufen, Reizungen hervorrufen, dass man es einfach nicht mehr verträgt. Da müsst ihr darauf achten, nicht zu viele Parfümstoffe in den Produkten. Noch ein Fehler, was nicht gemacht werden darf, auch wenn keine Zeit ist, oder doch Zeit ist schon da, Make-up-Rest über Nacht, wenn ihr euch nicht richtig abgeschminkt habt. Oder ich glaube, das muss ich gar nicht erwähnen, das machen wir nicht mehr in unserem Alter. Wir schminken uns schon richtig ab und lassen eine gute Nachtcreme über Nacht einwirken. Dann gibt es auch noch Fehler, die man machen kann beim Make-up. Also nicht nur beim Augenblick, aber generell beim Make-up. Zum Beispiel ab einem gewissen Alter zu auffällige Farben benutzen oder zu viele Farben benutzen auf einmal. Hatten wir alles schon mal klar, aber zu auffällige Farben benutzen. Aber ich glaube, da muss ich auch nicht weiter darauf eingeben, das wisst ihr. Also das wäre ein Fehler, was ein riesengroßer Fehler in meinen Augen ist und was eigentlich ignoriert wird. Oder wo sehr großzügig mit umgegangen wird. Mit der Foundation, mit dem Concealer, mit dem Puder, mit dem Penser, mit dem Contouring, alles zu viel. Was man so sieht, was vorgestellt wird oder ihr schaut ja YouTube, um euch Tipps zu holen, um euch Anregungen zu holen, zu sehen, was kann ich machen. Womit würde ich mich gut fühlen. Na klar ist dieser Vorher-Nachher-Effekt, wenn man sich so richtig messerdick schminkt, der ist enorm. Sicher, sieht mega geil aus. Aber das sind oft Make-Ups, also Foto-Make-Ups. Solche Make-Ups werden gemacht, um jetzt Fotos zu machen für eine Zeitung oder eben für ein Bild, für eine Setkarte, für eine Modenschau. Und selbst bei einer Modenschau. Ist ja doch mal ehrlich, wenn ihr jetzt im Fernsehen schaut oder generell so, guckt euch Schauspielerinnen an oder Leute, die ihr toll findet. Sind die so doll geschminkt? Die sind so, oder das schönste Beispiel ist für mich auch immer Heidi Klum, eine Mega-Frau, total verhalten geschminkt. Das ist, die haben nicht diese überzeichneten Augenbrauen. Es ist mein Beruf und ich kann nur aus dem Nähkästchen plaudern. Also zu viel ist einfach zu viel. Und ich mir überlege, was manchmal so aufgegeben wird. Also man trägt eine Tagescreme auf, vielleicht, also man trägt ein Serum auf, eine Tagescreme auf, dann vielleicht noch ein Primer, dann eine Foundation, dann noch ein Contouring, dann noch ein Bronzer, dann noch ein Rouge und dann noch ein Fixing-Powder. Heiliges Blechle. Überlegt doch mal, was ihr da auf der Haut habt. Wie soll denn die Haut da atmen? Und das fällt dann irgendwann zusammen. Und dann sieht man wirklich schrecklich aus. Und auch wenn dieser Concealer, na klar, ein Concealer ist ein Megaprodukt, eine geniale Erfindung, um die Augenpartie aufzuhellen. Aber das ist wirklich nur ganz, ganz sparsam. Und immer, also so ein paar, so 0,5, also einen halben Zentimeter, würde ich sagen, weg vom Fimpernrand, ne, einklopfen, klopft bitte immer die Produkte ein. Macht das mit den Händen, ihr müsst nicht so einen Schwamm nehmen oder so einen Pin. Macht das mit euren Fingern, habt ihr ein gutes Gefühl und seid sanft zu eurer Haut. Rubbelt nicht, reibt nicht, zerrt nicht. Also immer schön einklopfen, ganz, ganz sanft. Das ist euer Gesicht, ja, hier ist, also, das ist eine ganz zarte, pergamentartige Haut unter den Augen. Also zu viel Concealer. Und das absolute No-Go ist dann darüber noch ein Puder zu geben. Ihr müsst euch mal vorstellen. Ihr gebt, ich habe da schon das Problem, wenn die, äh, wir haben nun mal diese Fälschen unter den Augen, wir wollen es auffällen. Und geben also in diese Fälschen rein, diesen Concealer. Deshalb muss es immer ein hochwertiger Concealer sein und die Augenpartie auch unten drunter gut gepflegt sein. So, und es setzt sich ja schon ein bisschen ab. Obwohl, dieser, ne, it's perfect, der ist klasse. Aber wenn ihr jetzt noch einen Puder darauf gebt, natürlich sieht das toll aus im ersten Moment. Aber über den Tag setzen sich diese Puderpartikelchen direkt in den Fälschen ab. Und das sieht einfach, ihr wisst selber, wie es aussieht. Muss ich nicht betonen, hervorheben. Also das sind so No-Go's, ne. Das sind wirklich ganz grobe Fehler. Oder auch zu viel Highlighter. Highlighter immer nur ganz dezent einsetzen. Und besonders, bitte, ich flehe euch an, lasst die Nasenspitze weg. Wir sind, ich sage es nochmal, wir sind nicht Mickey Maus. Highlighter immer nur auf dem Nasenrücken. Nicht hier, nicht diesen machen. Highlighter gerne auch unter dem Augenbrauenbogen. Hier oben, oberer Wangenknochen, über dem Rusch, so ein bisschen ganz dezent. Von mir aus auch noch hier auf dem Amorbogen. Aber alles nur dezent. So, das war jetzt eine spontane Idee. Ein Video, ein Erzählvideo zu machen, über Tricks, um jünger auszusehen. Es ging um Fehler, die man irgendwie macht, unbewusst. Oder man es nicht anders weiß. Oder nicht anders kennt. Oder falsch gezeigt bekommen hat. Die uns helfen, einfach, dass wir uns besser fühlen. Also diese Fehler einfach zu beheben. Also, das Allerwichtigste ist immer, ihr Süßen, findet das Produkt. Findet euer Produkt, was eure Haut gut tut. Benutzt wenig Make-up. Auch, ich rede jetzt nochmal mit den Worten von Judith Williams, die auch jetzt predigt, Leute, weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Mein absolutes Credo. Ihr braucht nicht viel, um jung oder jünger auszusehen, um frischer auszusehen, um euch gut zu fühlen. Und mal ganz ehrlich, wir fühlen uns auch gar nicht wohl, wenn wir so zugebappt sind. Also ich... Gut. Also findet eine schöne, getönte Tagescreme oder eine BB-Creme oder eine Foundation. Das Creme Rouge, ein gutes Creme Rouge. Gerade im Sommer ist das auch schön. Das verschmilzt so schön mit eurer Haut und das wirkt nicht so fad. Natürlich gibt es wunderschöne Blushes zu kaufen. Klar. Es ist alles Industrie, Leute. Das soll alles verkauft werden. Die wollen dann uns Geld verdienen. Und verdienen sie auch, weil wir Opfer sind. Wir sind Opfer der Kosmetikindustrie, sind wir alle irgendwie. Ist ja auch schön. Natürlich, seit der Antike hübscht man sich an oder hübscht Frau sich an. Es ist ja auch wunderschön alles. Aber wir Frauen in meinem Alter, wir gehen auch, glaube ich, sehr bewusst um mit unserem Geld. Eigentlich mit vielem. Mit vielem sehr bewusst. Und der bewusste Umgang mit uns und unseren Produkten und dem, was wir so machen oder nicht machen. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ich finde es schön, dass ihr dabei wart. Vielleicht seid ihr gar nicht so lange dran geblieben. Also ich danke euch fürs Zuschauen. Seid besonders gut zu euch und zu eurer Haut. Und ich hoffe, dass ich euch vielleicht so ein paar kleine Tricks geben konnte. Oder dass ihr euch einfach bestätigt. Ich denke mir, dass ich in vielen euch bestätigt habe. Die meisten Mädels hier von mir auf meinem Kanal, die wissen ganz genau, was gut für sie ist. Und die sind total tough und toll. Also, danke fürs Zuschauen und bis bald.